Das 18. Türchen sponsert die Firma PHP. PHP ist ansässig in unserem benachbarten ICO. Die Firma PHP hat auch für Sie wieder schöne Preise mitgebracht, die Sie in die Tombola mit einbringt und drückt Ihnen hierfür die Daumen, dass vielleicht Sie der ein oder andere Gewinner sind. Tragen Sie sich den Buchstaben auf Ihrer Teilnahmekarte ein. Zum Schluss ergibt es ja einen Lösungssatz. Nun wünscht Ihnen die Firma PHP frohe Festtage und alles, alles erdenklich Gute für Sie.